sehr hell hier drinnen ja in seinem objekt ist auch hier drinnen er ist schön und aber was hier dann stecken wir mal den schlüssel da rein kommt das aber mal her ja das ist wirklich unglaublich ich weiß wo das ist ja genau hier siehst du die form dieses gipfels ist hier das heißt warte komm mal her das heißt das heißt das heißt der eingang nach schambala ist genau hier also das ist es das ist es ja das hört sich nach ärger an ja gut genau ja nur einen ausweg ja das wollte ich nicht so dann geht die schießerei glaube ich jetzt los ja ach du scheiße kommt her gut steht also ja wir schießen einfach wir müssen zurück zum 1 ich mache mir gerade eher sorgen so die nehme ich mit danke ja damit damit danke ja ich bin hier nur fünf schuss brauche ich nicht doch zeig dich zeig dich doch und denn er von ok von hier unten kommen sie und mit dir zack dich willst du mich ver das ist unsere chance nicht mehr raus hier los beeilung los beeilung schneller schneller hier frisst die hier ich schenk euch die öch de ja Ah ja. Einen habe ich wenigstens mitgenommen, ne? Ey. Nehme ich gern mit. Ich glaube, ich brauche ihn nicht mehr, oder? Weiß ich gar nicht, ähm. Das war knapp. Das, ja. Was noch nicht? Das kann nützlich sein. Ja, ich weiß es gar nicht. Nehmen wir mal mit, ne? Perfekt. Ne, weg von ihm. Was ist los? Ja, eher weg von mir, ne? Oh, Mist. Wo sind sie? War klar, dass das passiert. Da sind sie. Geht unten bleiben. Ähm. Jeff und Alena haben Ärger. Welche Überraschung. Geht mit hier. Die gute Nachricht ist, wir sind draußen. Die schlechte Nachricht, irgendeine Schrotpistole. Dann. Nur durch, ne? Ich geht gut. Da kenne ich doch ne Waffe, die... Ne. Okay. Wir müssen schnell weiter. Er kann nicht. Scheiße. Ich bin okay. Lass sehen. Fuck. Okay, das wird schon wieder. Okay. Kannst du stehen? Ich glaub schon. Okay, komm, ich helf dir. Nein. Nein, 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 lass sie. Die Kamera ist hin. Und auch. Nate. Er schafft das schon. Stimmt's, Mann? Okay, komm, mach die Tür auf. Er schafft das niemals, er muss hierbleiben. Was? Nein! Endlich die Tür auf, Chloe. Du bringst uns doch alle um.